Diese Nalko schmeckt! Diese Nalko schmeckt! Diese Nalko! Nalko! Nalko schmeckt! Diese Nalko schmeckt! Diese Nalko schmeckt! Diese Nalko, die erfrischt und schmeckt! Diese Nalko schmeckt! Diese Nalko schmeckt! Diese Nalko schmeckt! Wir lieben Retro! Willkommen bei Hör mal zu! Eckart Welle, Monika Baumgartner und Horst Tappert in Taxi in den Tod Gute Unterhaltung Wir befinden uns im Jahr 1976. Zu der Zeit war München ein Umschlagplatz für Drogen aus Jugoslawien. Vor dem Bahnhof wartet ein Taxifahrer auf Kundschaft. Ich hätte einen Koffer da! Ich habe ja gar nicht eingeladen! Bitte, kommen Sie! Wir haben es sehr eilig! Gleich! Der jugoslawische Fahrgast leugnet den Koffer, in den Kofferraum gelegt zu haben. Kurz vor Ankunft wird der Wagen von der Polizei gestoppt und der jugoslawische Mann wird festgenommen. Der Koffer verbleibt im Taxi. Er hat den Koffer mit in die Wohnung gebracht und versteckt ihn unter dem Küchentisch. Noch ein Tag nichts. Na, wie war es heute? Besser. Ein Husten? Besser geworden. Nur noch ein paar Mal. Nicht mehr so schlimm. Der Arzt? War da, gegen Mittag. Was sagt er? Er war ganz zufrieden. Wir sollen uns kein... Entschuldigung. Besser geworden. Schlimmer ist das geworden. Aber er hat es gesagt. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Komm, nimm das. Es wird Lisbeth sein. Ja, ist geschehen. Herr Priest, ich höre. Guten Abend, Vater. Du bist schon da? Ja. Ich habe euch ein bisschen den Schluss gemacht. Wie geht es dir denn? Na ja, der Arzt sagt, es ist Besser geworden. Na ja, diese Sprüche von Ärzten. Lisbeth hat euch eingekauft. Das ist aber nett. Das wäre nicht notwendig gewesen. Wäre schon allein ins Recht gekommen. Was ist denn das für ein Koffer? Das ist eine komische Geschichte. Den habe ich in meinem Wagen gefunden. Hat jemand vergessen? Na, nicht vergessen. Ich will ein Gebäck entladen und da sehe ich plötzlich, dass ein Koffer drin ist, den ich gar nicht reingetan habe. Was soll das denn? Merkwürdig, oder? Wem gehört der denn? Ist da ein Name dran? Kein Name, keine Adresse, gar nichts. Wie erklärst du dir das mit dem Koffer? Ich stand am Hauptanhof, als ich den Koffer entdeckt habe. Später habe ich gehört, dass er Razzia war. Meinst du, das könnte was damit zu tun haben? Weißt du nicht, keine Ahnung. Du, ich schaue mir den Koffer nochmal an. Tatsächlich, kein Name, kein Aufkleber, gar nichts. Aber das sind die Koffer, die die haben. Keine besonders guten. Das ist ein türkischer Koffer. Ich sehe das nicht. Für mich ist das ein Koffer. Bist aber türkischer. Was willst du damit machen? Ich wollte ihn beim Fundbüro abgeben, aber der hat ihn schon zu. Na ja, gib ihn heute Morgen ab. Oder vielleicht gleich zur Gepäckhoff-Bewachung. Und ich sage dir, der ist aus Istanbul, der Koffer. Ich sage mir, Mutter, guten Abend. Guten Abend, Mutter. Hört sich nicht gut an, dein Husten. Nicht so schlimm. Wirklich nicht. Bitte, Harald. Beruhige Vater. Er macht sich Sorgen. Zu viele Sorgen. Habt ihr Bescheid bekommen wegen des Sanatoriums? Ja, ich kann nichts nur ohne Dinge. Aber ich will nicht ins Sanatorium. Da wird doch nur dort gesund, wo man sich wohlfühlt. Und wohl fühle ich mich doch nur zu Hause. Gute Nacht, Mutter. Schlaf gut. Es wird noch morgen vorbei. Morgen, Mittag. Sie sind nach Mutter und kocht euch was. Mutter sagt, wir machen es dir Sorgen. Natürlich machen wir Sorgen. Es kann ja jeden Augenblick was mit dir passieren. Aber ich muss so fahren. Denken werde ich an das Schlimmste. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Herr Arzt. Der nächste Morgen, kurz nach 6 Uhr, beginnt, wie jeder Tag. Der Taxifahrer nimmt seine Thermoskanne und verlässt das Haus. Später kommt die Tochter dann mit ein paar Hörnchen in die Stube. Ich bin's, Mutter. Komm ich zu spät? Nein, ich bin's. Tag, Mutter. Geht's dir? Sehr gut. Ich mach euch so viel Mühe. Ach, nicht die Geringste. Ich bin eh allein zu Hause. Harald ist noch im Geschäft. Ich mach was zu essen. Ich rufe 3741. Was ist mit 3741? Ich hab ihn schon zweimal gerufen, aber er meldet sich nicht. Ich bin vor ungefähr einer Stunde an ihm vorbeifahren. Er stand in der Königinstraße. Ich versuch's nochmal. Das ist mitten auf der Königinstraße, mitten im Verkehr. Und der Taxifahrer ist nicht beraubt worden. Was sagt denn der Arzt? Stich in die Brust. Der Pfarrer hat sich entweder zu seinem Fahrgast umgedreht, oder sein Mörder hat ihn mit der Linken von hinten umfasst, sich nach vorne gebeugt und mit der Rechten zugestochen. Die Tatwaffe? Nichts. Gibt's irgendeinen Hinweis auf den Täter? Herr Wessel hat eine interessante Beobachtung gemacht. Ja, also ich fuhr gerade durch die Königinstraße. 3741 wurde gesucht. Was? Ja, 3741 ist Hugo Dornwall. Ich hör den Ruf und seh in dem Moment Hugo stehen in der Königinstraße. Es stieg gerade ein Mann aus. Könnten Sie ihn beschreiben? Beschreiben ist ein bisschen zu viel gesagt. Ich hab ja den Mann nur im Vorbeifahren gesehen. Nein, er hat den Fahrgast nicht gemeldet. Er muss irgendwo eingestiegen sein. So ein Schwein erwischen kann, ich täte ihn umbringen. Die werden doch viel zu gering bestraft. Was kriegen die denn? Zehn oder zwölf Jahre? Nach sieben Jahren sind sie wieder raus. Leben gegen Leben, so müsste es sein. Was willst du machen, wenn einer ein Messer zieht? Weißt du, eine Frau ist schon? Phil Helmy sagt, ich soll da nicht anrufen. Auf keinen Fall, die ist krank, die liegt im Bett. Abends kommen doch immer die Kinder. Ich weiß es von Hugo. Also gut, ruf an, aber frag erst, wer im Apparat ist. Kann uns allen so gehen, dass man bei uns zu Hause angerufen wird. Dornwall, Harald Dornwall. Was? Er ist tot? Ja, man hat ihn erstochen. Harald, bleib zu Hause. Ich komm vorbei. Ich setz mich sofort in den Wagen. Der Koffer. Wo ist der Koffer geblieben? Ich seh den Koffer nicht mehr. Er war ungefähr so groß, ja. Ein normaler Koffer aus Kunststoff. Hellblau mit normalen Verschlüssen. Er sah ganz unauffällig aus. Und den hat Ihr Vater im Kofferraum gefunden. Ja, er war plötzlich in seinem Wagen, ohne dass er wusste, wie er da reingekommen ist. Das war vom Hauptbahnhof, ne? Ja, am Seiteneingang. Er steht immer am Seiteneingang. Später hat er gehört, dass im Bahnhof eine Razzia war. Und Ihr Vater hat dann angenommen, dass der Koffer was damit zu tun haben könnte? Ich habe meinem Vater gesagt, das ist ein türkischer Koffer, den jemand schnell loswerden musste. War er anderer an sich? Er hielt es für möglich, war aber nicht sicher. Er wollte den Koffer zum Fundbüro bringen, aber das war schon zu. Ja, was hat er da mit dem Koffer gemacht? Er wollte ihn vorerst zur Gepäckaufbewahrung geben. Hat er das getan? Ich nehme an, ich weiß nicht. Könnte Ihre Mutter etwas darüber wissen? Meine Mutter, die weiß noch gar nicht, dass mein Vater tot ist. Sie ist krank, sehr krank. Wir haben uns nicht getraut, ihr etwas zu sagen. Meine Frau sagt es ja gerade. Ich, ich selbst konnte es einfach nicht. Gestern, Mama. Gestern Nachmittag. Wir wollten, wir konnten es dir doch nicht sagen. Du schläfst. Du schläfst doch endlich einmal. Da haben wir nicht gewagt, dich zu verliehen. Ungefähr so groß, Kunststoff. Hellblau. Na ja, Kunststoff sind jetzt die meisten. Wann soll ich das gewesen sehen? Samstag. Ja, da habe ich nichts gehabt. Taxifahrer hat ihn abgegeben. Mein Vater ist mittelgroß und ersetzt. So lockige Haare wie ich. Sie haben doch ein Foto, zeigen Sie es mir. Das ist er. Ja, das kennt er sie. An den kann ich mich erinnern. Der hat einen Koffer abgegeben, richtig. Sagen Sie, können wir mal reinkommen, vielleicht kriegt man dann her. Ja, bitte schön, Schatz. Der Taxifahrer scheint den Koffer tatsächlich bei der Aufbewahrung abgegeben zu haben, nur der Koffer ist nicht da. Also jedenfalls konnte ihn der junge Danwalt nicht finden und der ist überzeugt, dass er ihn wiedererkannt hätte. Also ist der Koffer abgeholt worden. Ja, wenn der Besitzer den Koffer abgeholt hat, ich meine, was gäbe es da für einen Grund, den Taxifahrer zu haben wollen? Der Besitzer hätte allen Grund, ihm dankbar zu sein. Ja, das sollte man annehmen. Also, hat er denn einen anderen abgeholt? Ja, das wissen Sie nicht. Sie können sich jedenfalls nicht erinnern. Das war schrecklich. Ich habe Angst um Sie gehabt. Und Dr. Hentz hat sie angerufen. Der ist gekommen und hat ihr eine Spritze gegeben. Und jetzt schläft sie. Das kann ich Sie ja selber nicht fassen. Das ist doch nicht wahr so. Das ist doch ein verrückter Traum. Was machen wir jetzt? Wir können Sie nicht allein lassen. Auf keinen Fall. Ich habe mir gedacht, wir bleiben bei ihr. Ich mache dann das Bett im Wohnzimmer. Ja, ist gut. Wer kann das getan haben, Harald? Zehn Minuten später klingelt das Telefon. Als der junge Mann zurückkommt in die Küche, sieht er sehr besorgt aus. Wer war denn dran? Ich weiß es nicht. Ein Mann, der seinen Namen nicht genannt hat. Er will mich sehen. Was soll das? Ich soll nach Schwabing kommen. In die Ramburgstraße 8. Man wird mich ansprechen. Wir müssen die Polizei verständigen. Eben, das soll ich nicht tun. Aus Gründen, die auch meinen Vater betreffen. Was meint er damit? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden. Harald! Das Treffen mit dem unbekannten Mann verläuft mehr als brutal. Als der junge Mann nach Hause kommt, sieht er sehr lädiert aus. Oh Gott, ich bin Harald. Was ist passiert? Ich sehe schlimm aus. Ja, schrecklich. Komm. Ich habe mit dem Mörder gesprochen. Mit dem Mörder? Nicht offen. Wer ist da? Klein, Kriminalpolizei. Moment, bitte. Wir sagen nichts. Kein Wort sagen wir. Es hat seine Gründe, Lisbeth. Kein Wort. Moment noch. Hast du verstanden? Aber du sagst doch das Ding. Ich sage, es hat seine Gründe. Kein Wort. Und jetzt gehen wir in die Küche. Entschuldigen Sie. Was ist denn mit Ihnen passiert? Das ist ja schlimm aus, was? Ich bin die Treppe runtergefallen. Ziemlich böser Sturz. Hier im Haus? Ja, vor ein paar Minuten. Bitte, kommen Sie. Tut das nicht schrecklich weh? Es geht schon. Weswegen sind Sie gekommen? Ja, wir ermitteln natürlich weiter. Danke. Wir stellen alle möglichen Überlegungen an. Für uns war die Frage, ob der Koffer nicht doch in dem Mordfall eine Rolle gespielt hat. Wir denken ja. Das, das denke ich auch, ja. Obwohl es erscheint da etwas ungereimt. Ich meine, der Besitzer hat zwar seinen Koffer wiederbekommen, es gibt also eigentlich keinen Grund, warum man Ihren Vater ermordet hat. Es sei denn, und das ist wirklich nur eine Möglichkeit, könnte es sein, dass der Besitzer seinen Koffer nicht unversehrt zurückbekommen hat. Was meinen Sie? Um es ganz direkt zu sagen, könnte Ihr Vater dem Koffer etwas entnommen haben. Was wollen Sie damit sagen? Wollen Sie sagen, dass er den Koffer aufgebrochen hat? Dass er ein Dieb ist? Ich sprach nur von einer Möglichkeit. Ihr Vater könnte etwas herausgenommen haben. Ja, was denn? Wollen wir gleich nachsehen, alles untersuchen, alles auf den Kopf stellen? Bitte, steh nach... Sie müssen es ganz sachlich sehen. Wie gesagt, es ist nur eine Möglichkeit. Na, schon gut. Ich hab's gehört. Besten Dank. Ich werde nachsehen und Ihnen dann Bescheid sagen. Wiedersehen. Wiedersehen. Was ist eigentlich los hier? Was wollte er? Sie halten es für möglich, dass Vater den Koffer, den er gefunden hat, aufgebrochen und etwas herausgenommen hat. Vater bricht doch keinen Koffer auf. Und wenn doch? Er hat den Koffer aufgebrochen, Lisbeth, und etwas herausgenommen. Da fehlen zehn Plastiktüten. Wer sagt das? Der, der ihn umgebracht hat. Der Mörder sagt, dass Vater ihn bestohlen hat. Das kann ich der Polizei doch nicht sagen. Dass Vater einen Koffer aufgebrochen hat. Gestohlen hat. Vielleicht selber ein Geschäft machen wollte. Das könnte sein, Lisbeth. Aber es geht doch um seinen guten Namen. Zehn Plastiktüten. Wo könnte er die haben? Er sagt, er ist die Treppe runtergefallen, aber so wie der aussah, haben die den einfach ganz brutal zusammengeschlagen. Was hält er denn von unserer Theorie, dass sein Vater den Koffer vielleicht geöffnet hat? Das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Ein Kilo. Könnte stimmen. Da sind ja noch mehr. Ja, da sind noch mehr. Genau zehn Stück im Ganzen. Was ist denn da drin? Du fragst, was da drin ist? Fragst du das im Ernst? Ein Koffer aus Istanbul. Von der Polizei in Sicherheit gebracht. Die eine Razzia veranstalten. Die ganz sicher einen Tipp bekommen haben. Was du hier siehst, ist Rauschgift. Heroin wahrscheinlich. Mein Vater ist in einer Rauschgiftsache verwickelt. Könnte ich das den Leuten sagen? Ja, bitte, Dornwall. Leben Sie noch? Ja, ich lebe noch. Seien Sie froh, dass man Sie nicht totgeschlagen hat. Hören Sie zu, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich komme Ihnen entgegen. Ich zahle Ihnen etwas für die Rückgabe der Plastiktüten. Sie bekommen von mir 5000 Mark. Sie mörder sich. Sie mörder! Mörder! Er war's. Er war's wieder. Er bietet mir Geld. Geld. 5000 Mark für die Plastikbeutel. Ich soll Geschäfte machen mit dem Mörder meines Vaters. Wer ist da? Will Henry. Bist du allein? Ja. Wie siehst du denn aus? Dann kläre ich danach her. Komm rein, Jakob. Komm bitte mit in die Küche. Tag, Lisbeth. Tag. Ich wollte mich erkundigen, wie es euch geht. Gut, dass du da bist. Ich weiß nur keinen Rat mehr. Was ist denn hier los? Siehst du den Plastikbeutel? Was ist damit? Der war in dem Koffer. Du weißt ja von dem Koffer. Den Hugo plötzlich im Wagen hatte. Ja. Vater hat zehn dieser Plastikbeutel ganz offenbar aus dem Koffer herausgenommen. Herausgenommen? Ja, hat ihn aufgebrochen. Verstehst du? Und was du hier siehst, ist Rauschgift. Ich bin überzeugt davon, was das Rauschgift ist. Gib mir mal ein Messer. Ich schau mal nach. Das ist sicher Heroin. Bitte, Lisbeth. Schau doch mal nach, Mutter. Ich erzähl dir, was passiert ist. Ich möchte nicht mehr leben, Lisbeth. Dann haben sie mich verprügelt und die Treppe runtergeworfen. Und eben hat der Kerl angerufen. Bede mir 5000 Mark für die zehn Plastikbeutel. Mann. Du hast der Polizei nichts gesagt? Kein Wort. Kann ich doch nicht. Mein Vater ist doch mit drin. Er hat den Koffer aufgebrochen, weil er ahnte, was da drin ist. Das da. Ist das wirklich Heroin? Ach, Heroin. Weiß ich, wie Heroin aussieht? Ich sage nur, es kann gar nichts anderes sein. Kann man das schmecken? Sag mal, hast du eine Ahnung, was das wert ist? Das das stellt doch einen Wert da. Was meinst du? Keine Ahnung. Was mache ich nur? Wo liegt das Haus, in das der Kerl dich bestellt hat? Rombergstraße 8. Wir gehen hin. Aber lass dich erst von Lisbeth verarzten. Ja, ist gut. Ist das soweit? Ja, ja. Du, Harry, bestell mir noch mal für morgen den jungen Dornwall hier. Das ist ja nur eine Frage. Es kann irgendwie die Sprache drauf. Drei Kilo, sagen wir. Heroin. Was das wert ist. Heroin? Ich weiß nicht, aber das Gramm mehr zu 40 Mark kosten. Ein Gramm doch nicht. Die strecken das doch. Da sagen wir mal ganz Reines. Absolut Reines. Also, ich habe einmal gelesen, als war einer erwischt worden mit fünf Kilo. Da schreiben die was von 600.000 Mark. Wieso willst du das wissen? Ich habe nur gesagt, es kam irgendwie die Rede drauf. Ein Fahrgast, wir unterhielten uns. Der sagte was von einer Million. Kann auch sein. Das sagt jeder. Eine Million ist drin. Die Schätzungen gehen von 600.000 bis zu einer Million. Und das hat Hugo auch gewusst. Der hat das gleich gespannt. Wenn er das rausgenommen, dann hat er auch gewusst, warum. Das sind doch alles Verbrecher. Wenn du das so siehst, sieht es gleich anders aus. Mut hat er gehabt, dein Vater. Und eine Überlegung war dabei. Was denn für eine? Kennst du deinen Vater besser als ich? Sag es mir trotzdem. Bist du denn so bescheuert? Gut zu Dank, dass du da bist. Ich habe solche Angst gehabt. Wieso denn? Ihr habt das Haus? Na, vollkommen leer. Komm, ich brauche einen Schnaps. Ist das nicht verrückt? Wir sind mitten in der Rauschgiftsache geraten. Wir? Wir können nicht mal zur Polizei und haben das Zeug im Haus. Ich habe mir was überlegt, Harald. Wirf das doch einfach weg. Wegwerfen? Ja. Wenn du Vater deswegen nicht zur Polizei gehen willst, dann gibt es auch nur diesen Weg. Wirf das einfach weg. Ja, weißt du, was das wert ist? Eine halbe Million vielleicht. Oder noch mehr. An was denkst du denn? Ich frage mich, an was Vater gedacht hat. Herr Donwald, da sind Sie ja. Kommen Sie. Sie werden schon erwartet. Guten Tag, Herr Donwald. Es tut mir leid, das mit Ihrem Vater. Danke. Setzen Sie sich bitte. Sind Sie in eine Schlägerei geraten? Nein, ich bin eine Treppe runtergefallen. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Sie sind doch verdorschen worden. Nein. Na, und wen schon? Also, wer hat Sie verprügelt? Und warum? Das, das hat hier nichts mit zu tun. Ich möchte nicht darüber sprechen. Kennen Sie die Leute, die Sie geschlagen haben? Nein. Schildern Sie doch mal den Hergang. Warum? Ich möchte nicht. Es hat doch keine Bedeutung. Warum haben Sie mich herbestellt? Hat sich der Eigentümer des Koffers bei Ihnen gemeldet? Nein, nein. Bei mir gemeldet? Warum, warum sollte er das? Herr Donwald, für mich steht fest, dass Ihr Vater den Koffer geöffnet hat. Dass er den Inhalt an sich genommen hat. Rauschgift. Nicht nach der Lage der Dinge, die Razzia der Zug aus Istanbul. Meine Kollegen, die hatten einen Tipp bekommen. Glauben Sie, die haben aus Spaß den ganzen Bahnsteig überwacht? Also, ich frage Sie noch mal. Hat Ihr Vater den Koffer aufgebrochen? Nein. Er hat, Herr Donwald. Er hat. hat er wieder angerufen? Er sagt, du sollst ihm die Plastikbeutel zurückgeben. Es ging um dein Leben. Mein Leben. Mit so einer Drogen habe ich gerechnet, das musste herkommen. Hast du ihm nicht gesagt, dass wir keine Beutel haben? Wir haben keine, also was will er? Aber die werden mir das bezahlen. Uns werden die das bezahlen. Wir machen uns nicht an die kleinen Kraut daran. Die nützen uns nichts. So groß wie möglich gehen wir an. Ja. Alles auf einmal loswerden. Das meine ich auch im Ganzen weggeben. Wir wollen das ja nicht tütchenweise verkaufen. Bestimmt nicht. Vielleicht noch abwiegen, was? Auf einer Briefwaage? Nee, im Ganzen weg. Ganz richtig. Alles oder nichts. Bloß kein Kleinkram anfangen. Einfach sagen, ihr habt ihr das Zeug und bezahlt. Umgekehrt. Bezahlt, ihr habt ihr das Zeug. Natürlich. Wir sind ja nicht von gestern. Nee. Das sind wir nicht. Nächster. Kleinkriminalpolizei. Grüß Gott, Frau Dornbad. Grüß Gott. Kann ich reinkommen? Bitte. Danke. Sie sind vorsichtig geworden. Bitte kommen Sie. Sagen Sie, ist Ihr Mann da? Nein. Ich habe mich im Geschäft angerufen, da hieß es, er ist nicht da. Er hat Urlaub genommen. Er hat Urlaub genommen? Ach, das wussten Sie gar nicht. In der zwielichtigen Pension Vavirina versucht der Taxifahrer, das Rauschgift an den Mann zu bringen. Hallo. Sind Sie der Portier hier? Ja. Ich bin in einer geschäftlichen Sache hier. Halten Sie doch mal die Hand auf. Na, machen Sie schon. Sind Sie Taxifahrer? Wieso? Ich meine nur. Wir haben die große Sorge, Frau Dornbad, dass Ihr Mann uns etwas verschweigt. Wir befürchten nämlich, dass sich in dem Koffer Rauschgift befunden hat und wir befürchten ferner, dass Ihr Mann Dinge tun könnte, die unter Umständen lebensgefährlich sind. Rauschgifthandel, das ist mit die gefährlichste Branche, die es überhaupt gibt, also mit denen ist wirklich nicht zu spaßen. Deswegen meine Frage, falls Ihr Mann uns irgendetwas verschwiegen haben sollte, dann sagen Sie es jetzt bitte in Ihrem Interesse und auch in seinem. Wissen Sie, mein Mann hat Ihnen etwas verschwiegen. Aus gutem Grund, seinem Vater zuliebe. Der hat nämlich den Koffer geöffnet. Mein Mann wird sehr böse sein, dass ich Ihnen das sage, aber ich habe Angst. In dem Koffer waren zehn Plastikbeutel mit einem weißen Pulver. Jeder Beutel ein Kilo schwer. Warum sagen Sie uns das erst jetzt? Und es sind Anrufe gekommen. Ein Mann hat zweimal angerufen. Er wollte die Beutel zurückhaben. Wie kann Ihr Mann uns so etwas verschweigen? Ich sage Ihnen doch, er wollte nicht, dass irgendjemand erfährt, dass sein Vater den Koffer geöffnet hat. Wo sind die Beutel jetzt? Mein Mann hat alles in die Isar geschüttet. In die Isar geschüttet? Wie viel, wie viel. So viel wie möglich. Wenn schon, dann hoch angeht. Sag ich ja auch. Aber ich muss da eine Zahl nehmen. Auch eine Zahl, eine Zahl. Ein Limit. Wann soll ich sagen, nie, so läuft es nicht. Ich muss so eine Vorstellung haben. Zum Beispiel, unter 600.000 ist nichts. Sensen. Kommt nicht in Frage. Oder 500.000? Würden uns 500.000 genügen, meine Frage unter uns? Oder soll ein paar höher gehen? Der Ärger ist so, dass wir nicht ganz genau wissen, was die 10 Kilo wert sind. In die Isar geschüttet? Du lieber Himmel, der hält uns wirklich verfolgt heute. Der findet da die 10 Beutel, der weiß genau, was drin ist und der weiß, was das Zeug wert ist und... Kann sein. Nein, nicht kann sein, so ist es. Wo ist er? Ich rufe andauernd an. Er ist bis jetzt nicht nach Hause gekommen. Seine Frau macht sich schon Sorgen. So. Ist ja doch allen Grund. Das mit dem Pensionswirt arrangierte Treffen findet an einer alten Sandgrube um 23 Uhr statt. Einen schicke ich gleich voraus. Aufs Kreuz legen können Sie uns nicht. Und nackt bin ich auch nicht. Sagen Sie doch was. Kann ich mal sehen, was Sie anzubieten haben. Sie glauben doch nicht, dass wir das bei uns haben. Auch keine Probe? Die können Sie haben. Und davon haben Sie 10 Kilo. Mit zwei Hohenabreisen. Genau 10 Kilo. 10 mal 1 Kilo. 10 mal 1 Kilo. Warum lachen Sie? Das hat nichts zu bedeuten. Also, zum Geschäft. Wie viel soll das bringen? Was haben Sie sich vorgestellt? 500.000. Und wir kommen nur zusammen, wenn Sie das akzeptieren. Eine gute Zahl. Eine runde Zahl. Die passt da nicht drauf. Nein, da passt die nicht drauf. Wann können wir den Austausch vornehmen? Sie wollen. Wir haben Zeit. Machen Sie einen Vorschlag. Na, heute noch. Ja, ich muss das erst holen, wissen Sie? So eine Stunde können Sie es haben. Also gut. In einer Stunde. Und jetzt sage ich Ihnen, wo. Ihr Mann ist immer noch nicht nach Hause gekommen. Das ist ganz ungewöhnlich. Was? Dass er sich nicht meldet. Du sagst, da weiß noch jemand Bescheid. Ja, der Kollege seines Vaters. Ein Wilhelmi. Wilhelmi heißt er, ja. Kollege, also Taxifahrer. Vielleicht kann man den über Funke erreichen. Keinen Ton hat er gesagt. Eine halbe Million. Sofort akzeptiert. Wieso? Ich frag dich mal, wieso. Weil es geschenkt ist. Weil wir zu billig waren. Eine halbe Million ist doch auch gut. Natürlich ist die gut. Aber wenn wir 600 gesagt hätten oder 700, der hätte nicht Nein gesagt. Ja, ja. Der hätte nicht Nein gesagt. Gibt es ja nur zu bedenken. Sonst sage ich ja nichts. Ich bin ja zufrieden mit einer halben Million. Und wie ich zufrieden bin. Eine halbe Million, Junge. Wir. Jetzt sind wir mal dran. Ja, schon gut, schon gut. Ist ja in Ordnung. 36, 87. Abstehen. Abstellen. 36, 87 hat zueben gekündigt. 36, 87. 36, 87. Meldet sich einfach nicht. Ist doch sicher sehr ungewöhnlich. Ja, weil es ist eine Vorschrift, dass das Gerät immer eingeschaltet sein muss. Kann ich mal telefonieren? Neben einem rechts, bitte. Danke. Ja, das heißt, Harry, da läuft jetzt was. Jetzt, in diesem Augenblick. Wart mal. Harry. Ja? Okay, ist gut. Die 36, 87 ist ja sicher nicht vom Erdbeeren verschwunden. Wenn Sie jemanden sieht, möchte ich das bitte sofort mal helfen. Ja, ich bin ja mit. Ja, ich bin ja mit. Das Treffen findet in einer alten Stahlgießerei statt. Der perfekte Ort, um schnell mal ein paar Leichen abzulegen. Harald! Der Schuss trifft den Taxifahrer tödlich. Der junge Mann stürzt sich auf den Mörder seines Vaters. Doch dann treffen Stefan und Harry ein und können den Mann zum Glück verhaften. Er hat meinen Vater umgemacht. Er ist der Mörder. Kopfkino-Zeit zu Ende. Danke fürs Lauschen und danke für dein Leid. Bis demnächst. Hier bei Hör mal zu. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.